Übrigens UNESCO Weltkulturerbe, diese Stadt, wenn man so sagen darf. Ich mache euch einmal einen kleinen Blick, und zwar auf die andere Seite. Denn wir haben hier genau den Blick auf den Popo-Katerpel. Das ist der größte Vulkan mit 5200 Meter. Und das ist der Vulkan, der wird 24 Stunden live überwacht. Und es gibt Menschen, die über Live-Überwachungstrieb die Aufzeichnungen ansehen und dann immer die Ausschnitte rausnehmen, wenn die Ufos hier rein und wieder rausfliegen. Ich drehe jetzt die Kameras um, und dann seht ihr diese Zähne. Denn die Sonne ist gerade hinter dieser Kirche untergegangen. Und ich zoome jetzt einmal ein bisschen ran. Das hinten im Hintergrund, das ist dieser Vulkan mit 5200 Meter. Und wenn man sich über diese Stadt bewegt, ich zeige das einmal kurz, dann ist eine Kirche nach der anderen, über 200 Kirchen hat diese Stadt. Jetzt sieht man gleich auch unseren Guide und unsere Mitstreiter auf dieser Reise. Genau, hinten haben wir einen Franz aus Austria. Also ein unglaubliches Schauspiel. Wir werden, wenn wir noch eine Stunde warten, wir werden noch... Übrigens, da hinten sieht man gleich den Schwester-Vulkan. Und das war jetzt ein kleiner Rundblick über die Stadt Pueblo in Mexiko und zu dem Vulkan Popocatepel und in Kürze mehr. Bis morgen. Tschüss.